So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wollt ihr sagen? Nein, spielen wir doch mal. Ähm, dieses Empire Dings. Ist ja kostenlos. Ich hoffe, dass OPS alles auch richtig aufnimmt. Nicht, dass jetzt einfach mal eine Folge fehlt oder sowas. Und die greifen schon wieder an. Die greifen schon wieder an. Alle auf die Leute hier. Kommt. Attacke. Auch das Schaf. Ich hoffe, dass er doch auf. Ganz kurz mal. Sieht gut aus. Da kommt immer mehr. Also anscheinend muss man hier echt so richtig schnell sein. Das ist noch nicht mal fertig. Das gibt's doch nicht. Ich muss ihn noch schneller sein. Die sind doch schon auch leicht. Er hat ja auch hier so einen kleinen Turm. Was macht der denn? Ja, mit zu erhöhen. So, überhaupt, dass mehr funktioniert. So, wie geht's? Flüchte. Nein, da kommt ein Pferd. Hä? Was machen wir denn jetzt? Die waren ja alles kaputt. Habe ich jetzt schon wieder verloren? Das gäbe es doch nicht. Diplomatie. Kleines Feind. Ja, ich gebe dir das. Hat mir alles gegeben. Da würde ich einfach nicht aufhören. Hä? Warum haben die denn keine Kampfanimation? Ja, Diplomatie hier. Feind. Ich bin jetzt mit dir verbündet. Stimmt doch gar nicht. Also, man kann dir ja geben, was er will. Da will er anscheinend einfach nichts. Okay, wir sind nochmal gestorben. Auch nicht schlecht. So, jetzt will ich es aber ja. Ja, ich will das Spiel verlassen. Das gibt es doch nicht. Wir kriegen das nicht hin. Also, ich kriege es nicht hin. Das gibt es nicht. Gut, dann nehmen wir eben eine Schneekarte. Wo war die denn? Damit wir wenigstens alles mal sehen. Syrien ist doch Schnee. Nicht? Ach, Quatsch. Ja, gut. Es ist schon ein bisschen spät. Äh, Todeschlucht. Nee. Wo war denn hier diese Schnee? Ah, Nordinsel. Gibt es noch mehr? Ja, ist jetzt Syrien. Wir nehmen jetzt die Nordinsel. Da müssen wir natürlich eigentlich Wikinger sein. Aber ich glaube, das gibt es nicht, ne? Makedon. Wir nehmen mal wieder die Gallier. Aber ich fand jetzt voll kein Team. Der Petra Bot. Ist jetzt mal sehr leicht. Ha? Na, so. Gut. Wir starten ja auch wieder ohne Lage, stimmt's? So, dann geht es jetzt auch richtig los. Jetzt verspreche ich euch, werden wir nicht sterben. Hier. Ihr sammelt Holz. Ja, PSD hier. Bauernhof. Seid ihr verantwortlich dafür? Ihr seid für ein Feld verantwortlich. Ihr macht den Stein. So, machen wir mal gleich eine neue Arbeiterin. So, der Typ hier, was macht der? Hat der einen Bären umgebracht? Tatsachen. Der greift einfach immer wieder an. So, die hier macht natürlich auch nichts. Das ist ja irgendwie klar. So, ich brauche mir endlich noch nicht dabei. Jetzt ist die Frage wegen Erz. Wo ist denn hier Erz? Stein. Gibt es hier überhaupt Erz? Ja, was macht die? Jetzt können jetzt alle Holz fällen. Na gut, so viel Holzbäume dann doch nicht, glaube ich. So, eigentlich schon, aber... Schiffsfrag. Ach, hier ist das Metall, ich dachte schon, es muss doch halt immer Metall geben. Weil es doch so verwühnt normalerweise. So, also, wir machen jetzt natürlich gleich hier komplett los. Ich habe die überhaupt eingestellt dafür, anscheinend. So, du hier, du musst dir mal Viehzucht bauen. Wir brauchen ja Holz dafür. Das mit dem Essen ist lieb, aber wir brauchen Holz. Vielleicht ist es cleverer, das Lager aus woanders hinzubauen, ne? Naja, ich habe es jetzt einfach so gemacht. So, wir versuchen jetzt einfach mal, statt die anderen Leute hier, diese Sperrleute zu verwenden. Die sind natürlich stärker wie normale Arbeiter. So, ein kleiner Servicebaum natürlich trotzdem. So, und du baust... Ja, was baust du? Ein Holzturm. Am besten hier in die Stadt. Da kann ich noch ein Feld bauen. So, jetzt machen wir natürlich ein bisschen schneller, ist ja klar. Brauchen natürlich Leute. Und ich speichere einfach mal. Äh... Test, ja. Let's play. So, gespeichert. Ist ja eigentlich kein Let's Play, ist ja, spielen wir doch mal. So, wo hat er das gespeichert? Und hat sie... Users, Felix, Documents, My Games... Was stand da? Bad oder Dad? Wahrscheinlich. Kein zu beiden. Was ist das hier? Zwei Leute, ja, das sehe ich. Nachher Gegner angreifen. Defensiv. Ich glaube, den Typen erstellen wir mal auf defensiv. Nur mal so als Möglichkeit. So, die Felder müssen natürlich beschützt werden. Ja, ich weiß gar nicht, was ich mit den allen machen soll. Genau, hier Holz holen. Hier ist die... Hier ist die... Wobei, weißt du was, ist eigentlich cleverer, wenn wir dich hier, weil da ist das Lager näher. So, bringt der das jetzt erst ins Lager oder geht das zum Bauen? Ich glaube, da geht das zum Bauen. Ich weiß gar nicht, die Folge ist doch bestimmt schon längst vorbei. Ich glaube, ich habe einfach vergessen, den Timer anzuschalten. Ich hält. Tja, bei den Läufern ist das eigentlich ganz gut. Das freut mich eigentlich. Muss ich ehrlich sagen, das freut mich eigentlich. Guck mal ganz kurz, das steht doch bestimmt irgendwo, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, doch. Eine Minute können wir noch. PSD? PSD, ja, ja, PSD, ey. Das PSD riecht mich auf. Die sagen wahrscheinlich nicht mal PSD. Photoshop, ne? PSD? So, hier, Kaserne, jetzt aber. Jetzt baue ich das mal so ein bisschen zur Mitte gewandt, weil die Geier, die bauen das ja eigentlich auch so. Da kann er mal mithelfen. Das steht ganz schön schief da. So, die haben ja immer nichts zu tun. Wer nichts zu tun hat, der kann Bauernhof bauen. Also, es ist eine Tierzucht eigentlich besser gesagt. So, ich baue dir mal ein bisschen hier hin. Sieht irgendwie hübscher aus, finde ich. So, wer nichts zu tun hat, der kann noch ein Wachtturm bauen. Also, hier eigentlich nicht, weil da kommt theoretisch keiner. Von hier oben könnte noch einer kommen. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, den hier hin zu bauen. So, und dann würde ich sagen, was ist für diese Folge, spielen wir doch mal. Ja, adi heißt das ja eigentlich. Ich würde sagen, eine Folge kann ich noch aufnehmen. Danach brauche ich erstmal eine Pause. Und bis dahin, tschöme Dö, haut rein. Und macht euch noch einen schönen Tag.